Hallo, willkommen und hier ist er, der Möwen Pig Brownie. Ja, das ist so, ja, einer der neuen Kuchen. Wir haben euch ja schon mal den leckeren Cheesecake vorgestellt. Heute öffnen wir einfach mal den Cheesecake Brownie und schauen mal, was der so kann. Ja, das ist, so sieht er dann aus. Kommt auch in einer Papierschachtel. Und hier dann mal in der Gesamtaufnahme. Und wir werden ihn einfach auch mal anschneiden und probieren und euch auch im Anschnitt zeigen. Schneidet sich hervorragend gut. So sieht er dann aus. Obendrauf Schokolade, sehr mächtig vom Gefühl her und wir werden ihn auch mal probieren. Wow, ich muss sagen, er schmeckt wirklich, ja, nicht zu, manchmal sind die Brownies ja so extrem, wie soll ich das sagen, extrem schwer im Geschmack. Aber der ist recht leicht, fluffig, sehr schokoladig. Ich würde sagen, wow, lecker. Ich mache ihn mal warm. Wartet mal eine Sekunde. Ja, und auch warm ist der Brownie wirklich ein Gedicht. Also, ein paar Sekunden, wirklich in die Mikrowelle und göttlich. Wirklich lecker. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Eis drauf oder Sahne und dann lecker. Haben wir leider nicht im Artundo Shop das Produkt, weil die sind sehr, sehr kurz nur haltbar. Also, wenn ihr sie kauft, müsst ihr sie innerhalb von wenigen Tagen auch essen. Und das ist bei uns im Lager nicht handelbar. Ja, aber eine Kaufempfehlung auf jeden Fall wert.